Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skywim und wir haben nun endlich das vergessene Tal erreicht. Und jetzt gucken wir uns mal die Umgebung hier an, denn es sollte ja angeblich nicht nur eine Höhle sein, in der wir uns jetzt hier aufhalten, sondern etwas hier viel Größeres und ich hab's euch ja schon gesagt, ihr werdet es feiern, ihr werdet es einfach so feiern, oh mein Gott! Ich freu mich wirklich so hier zu sein. Ähm, da ihr habt, da seht ihr es auch schon, wir werden anscheinend wohl doch nicht so lange in einer Höhle bleiben. Ich würde erstmal die mal wegstecken, Serana ist natürlich immer noch nicht da, aber auch das ist mir grad mal egal. Okay, wir müssen sogar hier extra hoch gehen. So Leute, seid ihr bereit? Da ist es, das vergessene Tal. Und ihr seht's auch, da unten ist wieder so ein Tal-Reh und ich sag euch, das hier ist riesengroß, wirklich sehr, sehr riesengroß. Und wir werden hier auch nicht nur ein Tal-Reh oder auch ein Tal-Silbelsahntiger treffen, sondern viele neue Kreaturen noch. Ähm, die nehmen wir alle mit. Und, da kann ich jetzt eigentlich mal übrigens eins von essen. Da, guck mal, Lichtblüte, Magieresistenz entdeckt. Da haben wir doch die Giftblüte, ne? Ist die denn hier oder wie? Oder können wir die verkaufen? Die können wir wahrscheinlich eher verkaufen. Haben wir jetzt hier da, oder nicht? Ne, kann doch nicht sein. Das ist natürlich alles jetzt notiert. Wir haben doch Giftblüten eingesammelt. Oder bin ich da jetzt total falsch? Ach, kann sein, dass die ganz oben waren. Ne. Okay, ich hab keine Ahnung, wo das Zeug ist. Keine Ahnung. Ist das eine Waffe, oder was? Kann ich damit irgendjemand bewerfen? Wo ist das denn? Ah, doch, hier, Giftblüte. Da haben wir es doch. Hier, oh Gott, bin ich blind. Das Gesundheitssenken natürlich. Aua. Das tat weh. Ach, ne. Und zack. Warum haben wir eigentlich Stahlbolzen? Wir haben ja immer noch die Zwergenbolzen. Habe ich ernsthaft? Ne, wir haben jetzt die Zwergenbolzen ausgerüstet. Genau. So. Hier liegt noch so ein Säbelzahntiger rum. Silbererzader. Nein, ich hätte gerne Goldader. Man sollte hier auch wirklich alles erkunden, Leute. Man kann zwar immer wieder hier hinreisen. Das ist natürlich was anderes. Aber wenn wir hier sind, müssen wir natürlich auch alles ausnutzen. Achso, hier waren wir doch. Hier sind wir doch hergekommen. Da haben wir ja noch einen. Und zack. Das kam gerade echt krass, du. So. Jetzt haben wir hier nix. Hm. Traurig. Noch mal ne Silbererzader. Aber hier gibt's gar keine Gold, ne. Das ist alles nur Silber hier. Scheiße. Wir brauchen wirklich, wie gesagt, erstmal den... Doch, Rainer, was ist denn hier los? Noch so ein Viech. Also von diesen Säbelzahntigern gibt's auch ganz schön viele. So, ich glaub, auch hier ist's schon bald, äh, der nächste, äh, das nächste Portal, das wir öffnen können. Oder müssen. Wir müssen's ja öffnen. Heißt ja nicht können, wir müssen, ja. Aber wer seht, dass das hier viel, viel größer ist. Also, Alter. Wo kommt die alle her? Boah. Hab ich mich erschrocken. Kommt da wieder so ein Säbelzahntiger? Wo sind wir eigentlich? Ne Goldader. Ja. Wie geil. Endlich. Oh, um Gottes Willen, endlich. Was war das? Wow. Spinnen. So. Und dann haben wir noch ein bisschen Golderz. Verdammte Spinnen, Alter. Ich hab mich grad gedacht, von was wurde ich denn jetzt sehr vergiftet? Aber, äh, so weit gehen wir jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt erst nochmal hier runter. Oh, wie cool, Leute. Wir haben endlich Golderz gefunden. Das ist ja, äh, traumhaft, du. Komm, wir nehmen alles mit, Leute. Wir nehmen wirklich alles mit. Da oben ist ein Fallmeer. Warum werden wir denn so gut schon gesehen? Als ob. Das gibt's doch nicht. Wo geht's hier rein? Gibt's hier? Höhle des Vergessenen Tals. Ui. Da haben wir nochmal eine Höhle. Da gehen wir natürlich rein. Aber hier war doch irgendwo schon der erste, äh, das erste Portal-Ding. Ich glaub, hier hinten irgendwo genau. Ja, da haben wir eins von den Dingern. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Sicht. Seid ihr bereit, die Mantren von Aurel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja. Dann empfangt Aurels Geschenk, mein Kind. Möge es eure Reise zum Allerheiligsten beschleunigen. So, und da haben wir das nächste Portal. Es müssten hier zwei Türen sein, oder? Ne, nur eine, hä? Okay. Ah, jetzt hat, ne. Lol, also normalerweise müsste doch jetzt... Ne, ich will ja nicht in die, ich will ja nicht in die Schwarzfall-Passage. Oder warte mal, wenn ich jetzt da hingehe. Moment mal. Da müsste jetzt bei der Schwarzfall-Passage das zweite Tor sein. Ist das richtig? Oder ist das einfach nur das vergessene Tal? Nur halt eben dann von da aus. Ja, seht ihr? Jetzt haben wir nämlich hier das zweite Portal. Okay. Der Visionen. Gehen wir da mal hin. Eigentlich hieß sie doch der Sicht und nicht der Visionen, aber gut. So. Hat doch gesagt Sicht, oder? Vielleicht bin ich doof. Hier hätten wir nochmal eine Golderzader. Super, aber gut. Wir haben jetzt ja Golderz genug. Boah, dieses Räder sieht schon geil aus, oder? Wie das so leuchtet. Dieses Fell ist halt eben halt was Besonderes. Deswegen ist es auch ein bisschen mehr wert. Okay, das kann ich jetzt nicht mitnehmen hier. Hier haben wir wieder eine Silbererzader. Also, das ist wirklich schon mega cool gemacht, auf jeden Fall. So, aber hier war doch irgendwo die Höhle. Da gehen wir natürlich jetzt dann als nächstes hin, bevor wir dann weitergehen. Und die restlichen Portale uns suchen. Ich wusste auch gar nicht, dass hier hinten noch eine Höhle ist. Deswegen gehen wir da mal rein. Komm, da die Sirane ja nicht da ist, können wir ja auch schleichen. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Das ist sogar ein Schausjäger. Komm schon, schleichen trainieren. Na also. Und nochmal schleichen trainiert. Das nützt mir jetzt mal gerade wirklich richtig aus, Leute. Okay. Zweimal schleichen trainiert. Ist da oben was? Ist da mal rein? Okay, nee. Das war nichts Besonderes. Boah, das ist schon mies. So. Neun Zwengenbolzen. Oh, das funktioniert. Gut zu wissen, was das ist. Was durchsuchen. Also, nee, das ist das Schaus. Das lohnt sich ja richtig hier. Oder haben wir eine Truhe. Oh, da hinten kommen doch bestimmt Viecher, oder? Ja, seht ihr? Seht ihr? Da kam so ein Vieh raus. Wo ist dieses Vieh hin? Dann ist noch eins. Ah, wir wurden entdeckt. Scheiße. In die Fresse getreten. Das hat irgendwas noch durch, oder? Ja, wir werden immer noch gesehen. Na ja, so viel dazu. Komm, da können wir jetzt auch waschen. Ganz ehrlich. Warum uns denn nicht mehr hier zu schleichen? Hat ja keinen Sinn. Und zack. Und ich trete dich platt. Boah, hier ist es wieder richtig dunkel, ey. Was macht denn Geräusch? So, dann machen wir mal ein bisschen Licht hier jetzt. Oh, hier sieht man ja wirklich gar nichts. Ach, hier ist ein Hebel. Was macht der? Ach, der öffnet da oben ein Tor. Okay, und wir kommen wieder hoch. So, ja, ist vielleicht logisch. So, jetzt mal einmal springen. Und ich fall wieder runter, weil ich nichts sehe einfach. Das ist halt so typisch. So eine richtig dunkle Höhle wieder einmal. Und da schließe ich wahrscheinlich das Tor wieder, oder? Ja. Was zum Teufel ist das denn? Was ist das denn? Das bewegt sich und macht irgendwie Geräusche. Was ist das denn für ein Vieh? Was? Okay, dieses hier habe ich noch nie in diesem Spiel gesehen. Wie? Muschelkäfer. Oh, ich kann da was abbauen. Und was kann ich da bauen? Muschelkäfer-Schittin. Interessant. Makelloser Granatstein in so einem scheiß Käfer. Oh. Ähm, tut mir leid. Habe ich dir Aua gemacht? Tut's mir leid. Okay. Diese Viecher habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ein Muschelkäfer-Irgendwas haben wir bekommen. Ein Muschelkäfer-Schittin und einen makellosen Granatstein. Komm, ich will da jetzt mal hin. Das hier. Was ist... Keine Ahnung, was das ist, Leute. Ich habe null Plan. Es kann gut sein. Was zum Teufel ist hier los? Was? Was war das denn? Also... Da seht ihr mal, wie verpackt das so ein bisschen ist noch. Ey, dieses Spiel regt mich manchmal echt auf. Eigentlich müsste ich mir wieder eine Belohnung dafür geben. Aber ich lasse es dieses Mal sogar. Ich habe ja eigentlich versprochen, dass ich, wenn das Spiel mich weiterhin aufregt, dass ich da was tun werde. Aber das sind noch so einfache Dinge, über die ich mich eigentlich jetzt nicht aufrege. Kann ja mal passieren, dass da mal so ein bisschen rumbackt. Aber... Aber das mit Sirana regt mich eigentlich schon auf. Aber gut. Wir machen das auch alleine. Deswegen wird auch da jetzt nichts groß passieren. So, die Spinnen. Da waren noch Spinnen. Ich weiß es ganz genau. Wir wurden doch gerade eben noch beschossen von denen. Ähm... Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir können mit diesem Muschelkäfer-Schettin, wenn meine Theorie jetzt gleich stimmt, aus, äh, gehärteten Pharma-Rüstung die schwere Pharma-Rüstung bauen. Ich weiß aber nicht. Vielleicht lege ich auch komplett daneben und wir können die nur verkaufen oder so, weil die irgendwie vielleicht ein bisschen was wert ist oder... Eigentlich müssen wir damit was machen können. Wäre komisch... Sag mal so, es wäre komisch, wenn... Äh... Wenn wir damit nichts anfangen könnten. Sag mal, hier waren doch irgendwo Spinnen. Bin ich jetzt total bescheuert? Bin ich schon so neben der Kappe, dass ich schon... Hier haben wir ja das Gold erst geholt, ne? Ach doch, da hinten sind doch Spinnen. Guckt mal. Da. Ich bin ja auch echt blind, du. Und ich direkt gesehen. Da ist irgendwo noch so ein Spinnenvieh. Ich werde jetzt hier auf einmal meine Schreie nochmal auf die Eisform wechseln. So. War's das? Hier haben wir noch ein Reh. Und eine riesige Frostbiss-Spinne. Warum nicht? Und tschüss. Oh Gott, du tust mir so leid. Alter, was wie viel Golderzader und alles rumliegt, ne? Das ist ja mal mega cool. Wo ist sie denn jetzt? Da unten liegt sie. Da, wach auf. Guckuck, hallo. Oh, viel Schaden kriegt die aber nicht, du. So, da kommst du nicht hoch, hä? Ah, ja. Das hättest du wohl gerne. Ach komm, ich gehe in den Nahkampf. Das ist doch langweilig. Du willst Nahkampf? Wie soll ich umbringen? Gerne. Sag mal, was war denn das gerade eben? Ich spring genauso in die Reihen und die beißt mir erst mal voll hier in die Nase, ey. So, hier ist, glaube ich, der nächste Schrein gleich. Titelloses Buch, Band 1. Bringe. Ah, cool. Das können wir Uruk-Dings-Kirchens-Da-Dings-Da-Geben. Und die Truhen hier sind natürlich auch ganz besonders. Sie sind auch wirklich mega geil aus, diese Dinger. So, ich glaube, hier oben ist irgendwo der nächste Schrein. Wir müssen nur hier entlang. Irgendwie, glaube ich, war das ja so, äh... Ich glaube, da unten rennt auch irgendwo noch so ein Frost-Riese rum. Auch dieses... Das ist so eine neue Art von Riese. Den gibt es so im Himmelsrand nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie wir überhaupt richtig sind. Komm, wir gehen mal mit dem Wasserfall nochmal runter. Da ist ja auch schon der Frost-Riese. Seht ihr mal? Der sieht mal ganz besonders aus. Ich habe ihn jetzt mal eingefroren gerade. Eine Malachit-Erzader. Das ist ja auch selten. Aufwachen aus deinem Winterschlaf. So. Ach, stimmt. Ja. Da war ja was. Und zwar gibt es hier ganz besondere Edelstein-Klanzstücke. Die sind einmalig in diesem Spiel. Da gibt es von jeder Art einmal eins. Das wertvollste ist natürlich das Diamant-Klanzstück. Wir nehmen alles mit. Da ist sogar ein Ebenerzschild noch dabei. Da hätten wir uns jetzt gefreut. Damals hätten wir uns gefunden. Aber jetzt haben wir eine Detra-Rüstung, Leute. Das ist ja dann für uns gar kein Problem mehr, Alter. Brauchen wir ja alles nicht. Wir haben ja wieder von Detra-Rüstung abschließt, Alter. Meine Güte. Da wird ja jeder neidisch bestimmt. Nein, natürlich nicht. Sag mal. Geht's hier in den Wasserfall? Ey, das wäre jetzt so geil gewesen, wenn da so in den Wasserfall noch was gewesen wäre. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Gegend hier eigentlich nie erkundet. Leute, bis natürlich auf diesen Frost-Riesen und dieses Amethyst-Klanz-Stück, davon wusste ich. Aber so im Allgemeinen... So unterwassermäßig war ich ja auch noch nie unterwegs. Also es könnte mal ganz interessant sein, jetzt mal hier rum zu geistern. Deswegen habe ich ja gesagt, erkundet diese Welt, diese neue Welt hier, die man durch dieses Stil Sidon Gott kriegt. Boah, ne Scheiße. Ich glaube, wir sind... Wir wären in diese Richtung, glaube ich, weitergekommen. Okay. Also wir müssen alle Frost-Riesen finden, weil nur die haben diese... diese Glanzstücker, glaube ich, dabei. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, ja. Wo geht's jetzt hier hoch? Nirgendwo hin, oder wie? Ah, nur hier wahrscheinlich. Ah, ne, da geht's auch hoch. Ja, das ist... Wie gesagt, da kannst du überall hin. Das ist ja das Geile eben. Ihr seid am Wegschein des Lernens angekommen, Initiat. Ja. Auriel, segne euch, mein Kind. Ja. Denn ihr seid dem Allerheiligsten und der ewigen Weisheit einen Schritt näher gekommen. Ja. Okay, Leute. Dann öffnen wir mal das nächste Portal. Warte mal. Wuhu! Ja, ich bin der König der Welt. Und wir haben das nächste Portal. Was ist denn das? Boah, seht ihr das? Alter, ist das dunkel. Okay. Hier könnten wir jetzt wieder an Visionen, obwohl das eigentlich Sicht heißt. Und einmal den Kelch füllen. Fehlen nur noch zwei. So, Leute. Bevor es aber hier weitergeht, werde ich erstmal wieder hier einen Cut ziehen. Ich hoffe, euch hat der Part wieder einmal gefallen von Skyrim. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.